Oh mein Gott! Was ist das für ein Spiel? Eine Dusche und Toilette wären schön... Hallo meine Damen und Herren, einmal duschen hier. Oh, kann mich ja auch hoffen, dass es zensiert ist. So. Das ist wirklich kacke, oder? Oh mein Gott! Was ist das für ein Spiel? Digga, bin ich eine Kuh, oder was? Gruß! Ach, das bin ich, oder was? So sehe ich aus. Okay. Äh, ja, bearbeiten. Wie soll unser Beach heißen, Chat? Wie heißt unser Beach? Truppes Beach? Was halten wir davon? Warte, wir brauchen irgendwas Anziehliches, damit auch die Männer hier an den Beach kommen. Gibt es hier irgendwie was mit Girls oder so? Oh, das ist perfekt! So, einmal hier alles reinigen. Ist das ein Kackhaufen? Oh mein Gott, hier ist ein Jetski. Ja Leute, ich brauche doch nicht zu lügen. Ja, ich trage eine Brille zum Jetski fahren. Jetski ist da, meine Brille ist auf. Führerschein für den Jetski habe ich auch. Das ist nämlich ein ganz spezieller Führerschein. Der Jetski-Führerschein. So. Sonnenliegen. Was kaufen die hier denn? Was ist so schön? Ich hätte mal gesagt, das billigste für den Anfang. 268! Platziere die Kiste, Radialmenü. Hammer! Was muss ich denn hier jetzt platzieren? Was? Wie? Wo denn? Kollege, Buller! Da, platziert. Super. Barmann brauchen wir. Barmann. Gekauft. Eingestellt. Yes, servus! Ja, das ist super, ey. Du kommst mir überhaupt nicht creepy vor. Wie kommt denn der da überhaupt rein? Wo ist denn da die Tür? Wie? Wie kommt denn? Wie ist denn der da reingekommen? Sind wir in Deutschland? Hast du den Bobatz reingezogen, Bro? Bekanntmache. Meine Sehrgärten. Meine. Hallo? Hallo? Meine Sehrgärten Damen und Herren. Meine Sehrgärten Damen und Herren. Wie funktioniert das Gerät? Hallo? Oh. Okay, das lassen wir wieder mal. Alles gut. Ja, nochmal, nochmal. Ah, hallo, eine Baby. Ah, hallo, eine Baby. Runter von meinem Strand! Runter von meinem Strand! Gut. Kommt ihr jetzt hier näher? Hallo? Unser erster Kunde. Nee. Ey, du musst dich auf jeden Fall dringend bräunen hier. Mausy. Du bist ein bisschen zu... Water? Ja, hol dir doch dein Wasser, ey. Sehe ich aus wie ein Kellner, oder was? Meister, hol mir hier ein Water! Muss ich... Hier ist ein Hai! Ich muss ein Hai. Der kriegt jetzt einen auf dem Dill. Komm her jetzt! Komm her! Ich schlag dir einen über den Kopf! Komm her hin! Bam! Weg mit dir! Raus hier! Er tanzt doch immer. Schau mal hier hinten. Er tanzt doch immer. Ey, du ersaufst ja hier. Sag mal, kannst du nicht schwimmen, oder was? Was gehst du auch mit Flip-Flops hier rein? Warte, ich muss dich retten. Warte, wieder beleben! Ja! Komm, leb! Super! Schön! Er hat einen Dachschaden, der Bro. Er hat einen absoluten Dachschaden. Werfen sie den Bösewicht raus, der heimlich ihre Kunden fotografiert. Wir haben ja nicht meine Kunden. Wo ist denn die... Wer... Wer fotografiert hier heimlich meine Kunden? Hallo? Er? Schau dir den mal an hier. Was macht denn der hier? Ey, Bruder, was machst du denn hier? Spann mich hier! Raus aus meinem Strand! Weg mit dir! Raus hier! Ey, schau mal, was der hier gemacht hat. Schaut euch mal die Fotos an, was er hier gemacht hat. Von meinen... Von meinen Chicks hat der hier Fotos gemacht. Bro, ey, wir sehen uns am Morgen, gell? Wenn du morgen in der Früh noch immer hier tanzt... Dann viel Spaß auf jeden Fall. So, wir machen hier gleich mal den Beach-Au. Ey! Der Spanner ist wieder da! Raus hier! Er danzt doch immer, Digga, ey. Ich glaub, ich muss dich kündigen. Digga, was ist denn das hier? Was ist da? Hat da jemand den Schinnen ins Wasser gekackt? Da, da, die... Bidu, 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 da... Wow, 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 dance, dance. Sonnen liegen. Na ja, mal die billigsten. Ich hab hier hier angespringt, da kommt der Boy. Let's go! Digga, das Spiel hat einen absoluten Dachschaden, ey, ich sag's euch. Und dann kommt hier ein Stuhl dazu. Hier nah beieinander, ey, damit die sich auch ein bisschen Körperkontakt hier... Das ist ja hier super. Alter! Mollemaus! Findest du sie auch gut? Ja, findet sie auch gut. So, rein hier. Nächste, akzeptieren. Omi auch da, super. Nächste, rein hier. Alle kommen hier rein. Alle sind ja herzlich willkommen am Beach. Ey, komm mal raus, das ist der Wasser. Wir schließen! Bruder, wo gehst du denn hin? Du kannst doch nicht hier in die andere... Hallo! Es despawned. Wir machen hier einen Schirm hin. Und hier machen wir zwei Liegen unter den Schirm. Hier eine Liege. Und... Dann hier eine Liege. So, dann nimmt das hier ein bisschen... Ja, das ist schön! So nimmt das hier vor, Mann. Wo ist der Hai? Hey! Du frisst hier meine Kunden! Sag mal, lass den los, du Schwein! Okay, warte mal. Lass mal hier Beach. Was ist denn jetzt hier? Was? Wer trägt denn hier? Oh, meine Güte, na! Ich werde hier... Boah! Meine Güte! Ich leg dir Schwimmflügel an beim nächsten Mal. Die Mafia ist da. Was machen wir mit der? Sag mal, wir überbringen Grüße vom Vater. Geben Sie das Vertrauen ab. Was machen wir jetzt? Bezahlen oder ablehnen, Chat? Ja, eigentlich will ich denen nicht bezahlen. Ablehnen? Ja, natürlich. Vater wird das nicht verzeihen. Das ist mir so scheißegal. Ey, 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 ey! Ey, ey! 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 Sag mal, was ist hier los? Hallo! Sag mal, habt ihr einen Knall, oder was? Was ist das überhaupt für ein komischer Simulator? Hier kommen einfach die Mafia. Welche Mafia kommt auf einen Strand, Alter? Sollen wir noch ein paar Stühle hier kaufen? Dann kommen vielleicht noch mehr Leute. Wir kaufen zwei von denen. Und noch zwei von denen. Kann ich mir das leisten? 1004. Ja, da sind wir pleite. Egal. Was ist denn mit dem hier? Kollege, hier ist ja nicht mal jemand. Wen willst du denn fotografieren? Den Hai, oder was? Raus hier! Weg mit dir! Ey! Schau dir die mal an. Ey, die machen hier Sport. Was ist denn hier los? Komm mal zu mir rüber, Sport machen. Oh mein Gott, wir können mit der... Wir können mit der flirten? Ne, wir müssen uns eine Süße aussuchen. Komm, romantisch reden. Komm, wir flirten ein bisschen mit ihr. Null Flirtpunkte. Die hat gar keinen Bock auf uns. Er will den Schüsch! Sie will den Schüscher! Jetzt geht's los. Hier ertrinkt wieder jemand. Oh mein Gott! Hier, du kriegst den Schüscher! Let's go! Smökel die hier ein. Och Mann, da... Ich hab gedacht, ey, jetzt wird hier gesmökelt. Aber die smökeln nicht. Schau dir, er sauft hier, Bruder. Vielleicht mal weniger trainieren und mehr. Oh mein Gott, ey. Ich kann hier nicht alles gleichzeitig. Jemand, der Hai frisst meine Kunden. Ich hab keinen Bock auf das. Schau, was ist denn? Was ist mit euch eigentlich, Alter? Was ertrinkt ihr denn alle? Ach, wir machen hier mehr den Rettungsschwimmer wie was anderes, Alter. Boah, er ertrinkt wieder. Er ertrinkt wieder. Wer ertrinkt denn hier? Komm, wir gehen jetzt flirten. Boah, er ertrinkt wieder. Nagel-елю- us.